Leute, das ist nicht lustig. Das war echt ein Hammerplan. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, also schnell weg da. Das Viech lebt. Natürlich lebt das. Können wir da nicht hin? Oh, nein. Nee. Wow, das ist echt die beste Taschenlampe in meinem ganzen Leben. Der Nern sitzt gerade. Müssen wir zu dem Viech hinlaufen? Ich heule. Untersuchen. Perfekt. Lass mich raten. Bo! Vielleicht schüttelst du einfach mal an seiner Hand. Der ist lebensmüde einfach. Salim ist nicht normal. Warum gräbt er denn aus? Was? Warum? Salim, warum? Warum? Wie? Salim, es tut mir leid. Oh Gott. Das war ja ein cooler Sprung. Oh Gott. Schuss! Salim! Salim! We need to get the way! Sachs, der Typ hat keine Angst! Guckt der noch in dir auf. 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 Guckt ey. Guckt der noch in dir auf. Guckt der noch in dir auf. Guckt der noch in dir auf dem Hut vorgefahren. Das hört sich toll an. Das ist bestimmt eine Falle. Guckt der noch in dir auf. Guckt der noch in dir auf. Wir sind zurückgelaufen, oder was? Der Idiot hat mich doch dahin geführt. Es wird irgendwie... Irgendwie immer dunkler, oder? Lass dich ja nicht irre machen. Du machst mich irre! Du machst mich irre! Sind die Viecher etwa dadurch? Ich will nicht bleiben, um es herauszufinden. Er ist schwer verletzt. Das ist jedenfalls sicher. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Beeilung, verdammt! Die Katakomben unter dem Tempel sind voller unleserlich. Aline hatte in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt. Aber selbst sie hat noch nie gesehen. Haben Tausende im Namen der Götter getötet. Die meisten Opfer in Massengräber geworfen. Als ob das Abschlachten... Welche Plage oder Katastrophe forderte solch einen Preis so viel? Was auch immer hier vor Jahrtausenden geschah ist. 7. Dezember 1946 Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaw's Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als sie Mary befahl es nicht anzufassen, sei ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Was zur Hölle haben sie da gefunden? Wir gehen dahin, wo es hell ist. Vielleicht ist er nicht allein. Joey, bist du das? Langsamer. Hier stimmt was nicht. Im Licht seid ihr safe. Oder auch nicht. Got him! Man, Leute, wir haben echt andere Probleme. Nein. Nein! Oh nein! Guys, das ist nicht lustig. Oh mein Gott. Oh Gott. behindertest! And... sonst... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Oh Gott, ich weiß nicht, was A ist Dein scheiß Ernst gerade Hmm Oh Oh Wir haben das gesehen Oh mein Gott, das ist gefährlich Oh 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 Ich habe schon Schlimmes gesehen Aber das toppt alles Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich? Keine Ahnung Hab sie nicht gefragt Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht Aber jetzt? Die alten Sumerer Glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen Wo sie von nichts als Staub leben Gequält Von den Dämonen der Unterwelt Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen Wie du habe ich daran nie geglaubt Aber Sieh dich um Schau, wo wir sind Was wir gesehen haben Gefangen im Sumerischen Tempel In dieser Hölle Solltest du meinen Namen kennen Nikkei, Sergeant Salim Utban Lieutenant Iraker Armee Shukran Ihoi Hier ist Mailman 2 und Axelar, Mailman 3 Hörst du mich? Over Klar und deutlich, LT Sehe dein Licht Geh weiter Ich bin gleich da Over Ich komme zu dir Deine Freunde machen besser Nichts Dummes Versteck dich Los Los Besser ist es Glaub ich Scheiße, Nick Du hast das Vieh allein gekillt? Nein Alles gut, Nick? Ja, alles gut Dieser Plan ist dämlich Was immer Joey passiert ist Er ist weg Untertreiben sich Wer weiß wie viele von den Dingern rum Wir gehen zurück zum Tempel Und organisieren uns Das ist der beste Plan Des ganzen Tages Gesang Nichts Ich bin